Hallo, die Wiesenmäher von AS Motor heißen Allmäher. Sie sind ideal für kleine und mittelgroße Wiesen und Grundstücke. Das Einstiegsmodell in die Familie der Allmäher ist der AS 21. Er hat eine Schnittbreite von 51 Zentimetern und es gibt ihn in zwei Versionen. Zum einen gibt es den AS 21 mit dem laufruhigen Viertaktmotor von Brixen Stratton mit 4,7 PS oder in der anderen Version mit einem durchzugsstarken Zweitaktmotor von AS Motor mit 6 PS. Der Hauptunterschied der beiden Modelle liegt in der Motorleistung. Der AS 21 mit Viertaktmotor ist geeignet für Grashöhen bis 60 Zentimeter in leicht hügeligem Gelände. Der AS 21 mit Zweitaktmotor ist ein Wiesen- und Mulchmäher für Grashöhen bis ca. 80 Zentimeter in Gelände mit Steigungen. Durch seine höhere Kraft und Drehzahl schneidet er das Gras öfters, was ein gutes Mulchergebnis ergibt. Beide Modelle des AS 21 sind Seitenauswurfmäher. Das große Schutztuch lässt Gras leicht ins Mähwerk hinein, verhindert aber, dass Fremdkörper oder Steine ausgeschleudert werden. Das gemähte Gras prallt innen gegen das Schutztuch und wird seitlich als Streifen abgelegt. Die Konstruktion der beiden AS 21 Modelle ist ähnlich mit kleinen Unterschieden. Der AS 21 mit Zweitaktmotor hat einen Höhen- und seitlich verstellbaren Lenker, einen großen Tank mit 5 Litern für lange Arbeitszeit, einen höher gelegten Schnorchelfilter für saubere Luft und vorne ein großes drehbares Vorderrad zum leichten Lenken und Wenden. Für Fahrten quer zum Hang ist es arretierbar, dass die Maschine nicht abkippt. Der AS 21 mit Viertaktmotor ist etwas einfacher aufgebaut. Er hat einen höhenverstellbaren Lenker, einen 1,1 Liter Tank und ebenfalls ein drehbares Vorderrad zum leichten Lenker, Lenker und Wenden. Es ist auch arretierbar für Fahrten quer zum Hang, allerdings etwas kleiner im Durchmesser. Die Hinterräder der beiden Modelle sind identisch. Sie sind groß mit griffigem Profil für optimale Traktion. An beiden Modellen sind die Hinter- und Vorderräder höhenverstellbar. Die beiden AS 21 bedienen sich ganz einfach. Motor und Messerstart, Gas und Choke, Seilstart, und Fahrantriebshebel. Sobald Sie den Fahrantriebshebel ziehen, fährt die Maschine mit konstant 3 kmh. Die Viertaktversion kommt ohne Choke und Gashebel aus und lässt sich leichter stoppen. Für beide AS 21 Modelle gibt es eine Handbremse für Bergabfahrten und für den Zweitakter gibt es zusätzlich noch einen Handschutz und eine Steighilfe für maximale Traktion am Hang. Service und Wartung des robusten AS 21 ist gering. Das Messer schärfen Sie nur, wenn es stumpf ist. Gelegentlich reinigen Sie den Luftfilter und nach 50 Betriebsstunden machen Sie einen Ölwechsel, aber nur beim Viertaktmotor. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Mähnen und Freude am Ergebnis. Das Messer schärfen Sie einen Ölwechsel,